Hallo meine lieben Filmefreunde, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ich bin heute zurück mit einem neuen Video und zwar wollte ich das eigentlich schon eher machen, aber ich bin jetzt aufgrund dieser Corona-Geschichte, die jetzt überall, natürlich in Deutschland und in den anderen Ländern ist und so, aber natürlich jetzt so verstärkt auch hier in Deutschland, freigestellt worden von der Arbeit. Vielleicht geht es dem einen oder anderen zur Zeit auch so und ja, ich habe dann halt gedacht, jetzt fährst du natürlich morgens nicht zur Arbeit, dann machst du zu Hause halt viel und ich habe dann im Garten total viel gemacht und das Zimmer hier neu gestaltet. Ja, ihr seht, neue Farbe, es ist alles ein bisschen anders, ich hätte ja sonst hier das Sofa stehen, das steht jetzt woanders. Ich habe diesen ganzen Raum jetzt neu gemacht und ja, das ging innerhalb von kurzer Zeit. Ich habe dann eigentlich gedacht so, ja, jetzt streichst du mal, ich hätte das schon länger vor und ja, so habe ich mir jetzt die Zeit zu Hause ein bisschen vertrieben und jetzt wo alles fertig ist, kommt es jetzt zu dem Video, was ich natürlich schon länger geplant hatte und zwar hatte ich ja für euch ein Unboxing-Video gemacht zu der Directors Cut-Version von Gesetz der Rache und da hatte ich ja gesagt, wenn ich den Film geschaut habe, dann mache ich für euch eine Review und soweit ist es jetzt gekommen. Also ich habe den Film jetzt endlich in der Directors Cut-Fassung gesehen, also ungeschnitten und da Gesetz der Rache zu einem meiner Lieblingsfilme gehört, weil das natürlich ein Muss und das möchte ich euch jetzt heute zeigen. Ja, und ich habe die Filme beide jetzt auch schon hier hingelegt, also ihr seht jetzt beide Versionen von Gesetz der Rache. Ja, also das hier ist die normale Blu-ray-Kauf-Version und das hier der Directors Cut auf der Steelbook, auf der Steelbook, in der Steelbook Edition. Aber Leute, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall wollte ich die beide jetzt nochmal hochhalten, dass ihr seht, also diese Version ist hier ab 16 und die Steelbook Edition Directors Cut natürlich ist dann freigegeben ab 18 und ihr habt hier auf der normalen Version dann circa 108 Minuten und auf der anderen 119. Also das ist wirklich schon enorm. Und ja, zu den Covers hat sich natürlich einiges getan, also es ist schon ein Unterschied von vorher zu nachher und ich bin auf jeden Fall, wie ich auch schon in einem Unboxing gesagt hatte, zu der Directors Cut-Version mega happy mit diesem Cover. Aber dazu kommen wir gleich. Also den lege ich jetzt erstmal weg. Das war Gesetz der Rache, die normale Version und wir befassen uns heute mit diesem. Ja, und für die Leute, die den Film natürlich noch nicht kennen oder mein Unboxing noch nicht gesehen haben, ich werde unten in der Infobox natürlich auch noch das Video verlinken, wo ich euch den Film vorstelle. Und ja, in der Hauptrolle von Gesetz der Rache spielt Gerard Butler an der Seite von Jamie Foxx. Ja, sind beide mega coole Schauspieler. Ja, ich liebe Gerard Butler sowieso, also als Schauspieler, er hat so, so viele tolle Filme gemacht und er ist mir auch von Anfang an gleich sympathisch gewesen und hier ist er mal richtig in einer super coolen, ernsten Rolle. Ja, und so sieht das Ganze nochmal aus für die Leute, die jetzt mein vorheriges Video noch nicht gesehen haben. Und ja, ich öffne das gleich auch nochmal, aber ich lese euch jetzt erstmal vor, was denn in dem Film überhaupt drin vorkommt. Und zwar, der gutbürgerliche Clyde Shelton, gespielt von Gerard Butler, wird eines Nachts von Einbrechern überfallen, die seine Frau und Tochter auf grausame Weise ermorden. Die Täter werden schon bald gefasst, doch Shelton steht nun vor einem Scherbenhaufen. Vor dem ambitionierten Staatsanwalt Nick Rice, der wird gespielt von Jamie Foxx, sieht sich Shelton von Staat und Gesetz verraten, denn um seine Verurteilungsquote zu halten, bietet Rice dem Drahtzieher des Mordes den Deal an, ihn auf Bewährung freizulassen, wenn er im Gegenzug seinen Komplizen ans Messer liefert. Er nimmt Recht, Ordnung und Gerechtigkeit selbst in die Hand, um endgültig seinen Frieden zu finden. Ja Leute, das ist schon eine mega Aussage. Wie gesagt, hier steht drauf, Laufzeit von 119 Minuten. Somit habt ihr einige Minuten mehr zu der normalen, wie ich ja eben schon sagte. Und für die Leute, die es auch interessiert, ihr habt hier jeweils in Deutsch und Originalsprache, also in Englisch, 5.1 Sound. Und hier sind auch noch mega viele Extras drauf, wie das Rechtssystem, Making-of, die Entwicklung der visuellen Effekte, Blick hinter die Kulissen und Interviews. Also da habt ihr nochmal richtig viel zu sehen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die Blu-ray ausschaut. Also so nochmal das ganze Stilbook an der Seite so. Und von hinten dieses Mega-Cover. Also ich liebe das, dieses Motiv einfach. Ich komme nochmal ein bisschen näher. Genau, da seht ihr den Jerry. Und wenn ich das Ganze aufmache, sieht das so aus. Genau. Und die Disc seht ihr da. Genau. Ja, finde ich also mega cool. Und so schaut das Ganze von innen aus. Also ich hatte jetzt hier nicht irgendwie noch was drin oder so, was zusätzlich dabei war. Aber das muss es für mich auch nicht. Und ich finde das von hinten einfach mega. Ja. Und ja, nun zu meiner Kritik. Ja, Leute. Warum ich gesetzte Rache überhaupt mag. Also ich habe sowieso so eine Leidenschaft für Rachefilme. Und egal, ob das jetzt Death Sentence ist oder die Fremde, in die ja alle, die so diesen Touch haben. Das finde ich einfach mega. Ja, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Aber Gesetz der Rache gehört natürlich dazu. Und damals war ich ja schon mega begeistert. Und da habe ich gedacht, wow, jetzt ist der Directors Cut draußen. Mega. Ja, du hast doch schon so deinen Lieblingsfilm gefunden. Und jetzt gibt es den auch noch in einer längeren Fassung. Und ja, zu der Geschichte an sich, wie ich ja schon vorgelesen habe. Also Gerard Butler ist ja in der Hauptrolle. Und seine Familie wird zu Anfang des Films ermordet. Und dann, ja, steht er mit seinem Rechtsanwalt, der gespielt wird von Jamie Foxx, quasi vor Gericht. Und versucht natürlich Gerechtigkeit zu finden, was ihm widerfahren ist. Und dass diese Leute, die seine Familie umgebracht haben, irgendwie eine gerechte Strafe bekommen und alles. Und wie ihr selbst wisst, das Rechtssystem ist nicht immer so, wie man sich das wünscht. Leute ermorden welche und dann kommen die nach ein, zwei Jahren oder so wieder raus. Und für einen selbst ist das natürlich mega heftig. Ich meine, die Familie wird eingenommen und dann, ja, läuft alles nicht so ganz wie erwartet. Und ja, dann denkt Gerard Butler sich in diesem Film, ja, ich ziehe das Ding jetzt auf meine eigene Art und Weise durch. Und nimmt natürlich Rache. Und dadurch auch dieser Cut auf der Disc, sage ich jetzt mal, auf dem Cover, dann ist er quasi nicht mehr sein netter Anwalt, der ihm quasi helfen wollte, sondern eher sein Feind. Weil er nicht alles so gemacht hat, wie er es hätte machen sollen. Und diese Rolle von Jerry ist einfach so mega. Also er ist so ernst in diesem Film. Und wie soll ich sagen, der Film ist nicht so, wie ihr andere Filme kennt, die so mit Rache zu tun haben. In der Sense ist es ja so, dass es so direkt ist. Also der Film mit Kevin Bacon, dass er jetzt losgeht und so Rache nimmt. Aber Gerard Butler ist im Gefängnis und macht das Ganze von innen und anders. Er hat seine Taktik und das ist schon richtig cool. Also es ist nicht vorherzusehen, was er überhaupt in diesem Film macht. Also ihr habt mega Action, ihr habt Überraschungsmomente. Er ist richtig brutal, was Rache angeht. Auch Szenen, wie er Rache nimmt an demjenigen, der seine Familie ermordet hat, ist richtig heftig. Und ich muss sagen, die Directors Cut Version habe ich schon wahrgenommen. Also ich habe schon gemerkt, dass mehrere Szenen jetzt neu waren, die ich vorher nicht gesehen habe. Oder dass Kameraszenen jetzt anders waren, das Bild irgendwie länger zu sehen war, stand und ja, es war nicht so schnell gecuttet einfach. Also es war total angenehmer, diesen Film jetzt zu sehen. Und dadurch, dass manche Szenen gezeigt worden sind, die auf der normalen Version jetzt nicht zu sehen waren, hat dieser Film jetzt auch diese FSK 18 bekommen. Und ich hatte dann auch noch auf der Seite von Schnittberichte geguckt. Da steht dann auch noch mal alles drin, weil am Anfang habe ich schon gedacht, es passiert irgendwie nichts, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Aber dann kam das schon. Ah ja, stimmt und so. Und da könnt ihr ja auch mal reinschauen. Also das fand ich auf jeden Fall mega interessant, dass man das dann dort auch noch mal nachschauen konnte. Und ich muss auf jeden Fall sagen, dass für alle Leute, die so Rachefilme, Actionfilme an sich überhaupt lieben, so mit Gefängnis und Co., alles drumherum, ist dieser Film auf jeden Fall ein Muss. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega happy, dass ich den in meiner Sammlung habe. Ich werde euch natürlich nicht verraten, wie der Film ausgeht. Das lasse ich natürlich offen. Aber für die Leute, die den Film schon gesehen haben, ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr den Film so fandet, ob ihr meine Meinung teilt, ob ihr den vielleicht auch schon in der Sammlung habt oder ob ihr vielleicht gar nicht so meiner Meinung seid. Das würde mich mal interessieren. Und ja, ich lege den jetzt mal zur Seite. Das war auf jeden Fall meine Review zu Gesetz der Rache, der Directors Cut mit Gerard Butler und Jamie Foxx. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch mein Video gefallen hat, dass ihr Spaß daran hattet. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, das Video heute für euch zu machen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Bleibt gesund, meine Lieben. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.